ja moin seien ich habe mir mal so gesagt wir basteln hier noch ein bisschen weiter und so viel wie ich weiß war ja lucky place auf die strommangel so bis kind und da würde ich mal sagen nur verschmutzung gering das ist doch mal gut wir stocken das hier mal noch ein bisschen auf ich weiß ich hatte mir hier schon mal aufgestockt weiß ich gar nicht mehr kostet 15 ich übring das 75 75 verbraucht doch noch mehr wir bleiben hierbei das sind jetzt 219 wenn das jetzt noch angeht 219 überschuss dann kriegen ihr noch ein schildchen meinetwegen wo ist das schild hier so schön eine straße jetzt sieht das gut aus so da fängt jetzt auch an zu qualmen also 219 haben wir überschuss das wird ja wohl für lucky place reichen so und ich habe was ganz neues für euch hier bei strom das ist noch alles alt aber pass mal auf jetzt hier das ist neu nissan lief ladestation elektroautos aufladen ihre ladestation ist einsatzbereit stellen sie sie in ihrer stadt auf und erleben sie mit wie ihre sims den zu 100 prozent elektrischen nissan lief nutzen oder mit autos oder was auch immer das sein soll die da ich einfach mal so runterladen gibt es gratis bei origin da kann man ja hier diese ganzen erweiterungs dinger kaufen wie die städte erweiterung dafür zehn euro und sowas und da gibt es diese ladestation wirklich gratis einfach draufklicken runterladen das spiel neu starten und dann hat man das also wenn das nicht gut ist das ist doch spitze gut sonst haben wir die ja ganz schön zu tun ja was kostet denn das 64.000 wie lange soll ich da warten wasser ach so haben wir ja schon der strom was gibt es da noch besser ist das liefert und 250 das 75 ja das ist das beste aber es werde ich garantiert nie bauen ich mag dich mag ich nicht viel zu teuer und nee nee das brauche ich nicht aber wir können jetzt mal wir gehen mal ganz spazan nach lucky place rüber so da ist ja noch alles schick da ist alles sauber dass die luft rein da freuen sich die menschen der trillern die vögel ja das ist ja richtig schick da gibt es keine verschmutzung nee da ist alles schön auf öko wie sieht es jetzt aus hier mit strom rot kommt da denn auch irgendwann mal strom an hier ist noch rot hier ist ja alles rot wieso das verstehe jetzt einer aber sie haben 70.000 ist auch immer schön habt ihr die tue da kommt was strom kommt immer krass feuerwert strom das ist schon mal das wichtigste er kommt die haben so viel überschuss da drüben wird ja wohl für meine publische stadt hier sind noch ein paar roter bekommen 97.000 da werde ich gleich mal ein kleines geschenk für für unsere industrie stadt machen den geld rüber schicken damit ihr die klärenlage bauen können dann haben wir da nämlich auch schon mal ruhe was ist damit kann das große probleme gesundheitsbereich es gibt viele kranke wo denn vier tote so dann werden wir immer noch ein paar krankenwagen kriegen okay die klinik war zu teuer die große 120 naja das dauert noch ein bisschen wir warten jetzt erstmal bis sie werden die klinik zusammen haben den schmeißen wir die hier oben auch hin die große die kommt denn dahin würde ich mal sagen dann haben wir das hier oben abgesichert und die kleine klinik kann sich hier um das hier unten kümmern und super hochhäuser naja ein stündchen noch die schaffen ja wohl das werden sie überleben auf mama ich habe also festgestellt ich habe mir mal so ein paar videos angeguckt wie er schon mitgekriegt habt hier vom commander und so und das ist ja wahnsinn was man dann alles machen muss das habe ich ja bei mir jetzt schon gemerkt wenn man denn was gebaut hat und denkt jetzt ist erstmal ein bisschen ruhe und so nein wozu auch die kommen denn noch mit neuen sachen wir wollen dies noch wir brauchen das noch und denn hier noch das ist wahnsinn wie viel kümmer hier überhaupt aufnehmen weiß dass irgendein aus kopf aufnahme kapazität 50 ok 50 kümmer aufnehmen 15 kosten die krankenwagen das hier ist chirurgie und diagnose labor dafür brauchen wir universitäten ja universitäten das ist auch so ein ding wieviel gibt es dazu 2 aber das sieht doch schon mal gut aus dann haben wir schon mal schon mal das hier abgesichert hier oben haben wir da schon mal ruhe die feuerwehr gelöschte brände 0 löschfahrzeuge 1 bloß wie jetzt warum haben die bloß ein löschfahrzeug aber da ist immer muss ins tonne das hier kriegst du 2 für die autos bei der polizei kriegst du drei nee zwei und später wo ich mehr bei der müll autos hast du drei drinnen bei dem bus hast du drei drinnen oder vier oder so was aber nein bei feuerwehr da warst du muss eins und schutzbeauftragter wird das können wir alles noch nicht hier brauchen wir was 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 ach so im flughafen bauen ja da ist ja auch nicht großer und flughafen habe ich mich doch alle schon angeguckt was hier so ein flughafen große es ist ja wahnsinn das spiel hat so ein extrem sucht faktor ich habe damals schon mal so im city viel spielt so ein bisschen mal so angeguckt und so da konnte man zwar größere städte bauen und sowas aber ich finde sind city 5 um einiges besser grafisch detailreicher krumme straßen auch so mit der häuser und so das war ja da alles nicht und ich finde das hier auch etwas übersichtlicher hier hast du jetzt deine wohngebiete dahinter in die werbegebiete der industriegebiet du brauchst jetzt nicht extra hier noch so eine so eine dinge hinpflanzen einzelne häuser wo die denn wohnen können und so brauchst du alles nicht das machen die sich denn selber die bauen sich auch selber aus das ist schon mal gut fügt sie zur polizeiwache oder kann ich nicht den gibt es nicht und gibt es auch nicht wasser was ist jetzt mit wasser wasser reicht nicht aus auch ihr wollt mich doch ärgern würden wir mich doch wieso reicht jetzt das wasser weil man nicht mehr weiß wenn der klinik oder was ob ich mir hier mal so wasser tun können der macht der kind trick und nichts wir haben ja einiges am wasser hier die setze ich hier oder hier schön hin da stört doch nicht so der recht nicht so was naja bis jetzt kriegen sie nicht rum es ist immer noch geben es ist noch gelb das ist nicht gut mann 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 abwasser schön abwasser ganz toll wir machen das jetzt mal und wir schenken wir verschenken geld da hinten hin auch wir geben alles hin uhr machen wir schenken schenken ok das dauert jetzt sowieso oder ewig bis das da ist so wir sind jetzt ein bisschen pleite rohrer na gut dann gehen wir mal jetzt darüber zu unserer stadt der ich immer noch keine name immer wenn man hier noch mit dem basteln schön basteln mit joe pütz die dumm die dumm die dumm die dumm die dumm vielleicht das ist noch nicht angekommen halt so wieder meine standard position ok also wasser und abwasser ja abwasser ist nicht so prickel soweit ich das geld für die zusammenhabe kommt hier erst mal klären da rein schafft einiges mehr die schafft was verbaut schafft die denn durchsatz klärkapazität 52 und die haben einen durchsatz durchsatz von 11 11,7 und die haben 70 11,7 mal 4 sind wir bei 44 und ein bisschen das schafft die alleine schon mehr so wo bleibt denn unser geschenk da kommt doch ein dicke batzen an ja schon wieder so dicke rohre gibt es doch ja auch nicht wo bleibt das geld unser geschenk das sieht mir ganz aus als ob hier habe ich doch ich sie guckt hier weg 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 wo ist der trommor 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 schen hat darum auch weg gut wo bleibt das geschenk unsere 50.000 die war natürlich wohngebieter wer weder ist nicht nur 64.000 hammer wollen wir mal ganz kurz präschen denn wenn man die ja abreißen alles weg brauchen wir alles nicht mehr und dann setzen wir diese kleine klitzekleine süße ich weiß nicht kann man da jetzt auf der andere seite denn was dran basteln oder setze ich die da ein besser ist es da nur da wollen wir platz so jetzt hier natürlich wieder arbeiter wir stellen neue leute ein leute bloß ein einziger ich hoffe es ein knopf drückt zum an aus warum wieso nimmt hier uns was für müll ab so blödsinn ja das finde ich ja wir hoffen dass wir wieder einfahren ich brauche hier mal ein paar leute zu arbeiten kann jetzt wie wahr sein was ist mit dem busse schon wieder was habt ihr denn ja super die sagt ja auch immer das gleiche daher wegen abfassern kommen zu kotzen da wird schon noch irgendwann einer kommen irgendwann wird da einer hin rennen so viele wie ihr angefahren kommen wird er da wohl einer dabei sein der sich mal um eine kläranlage kümmert ja die baue ich ja nicht aus lange weile so denn wir haben wir hier beim wasser gleich mal noch die arbeitermangel ok und so geschenke sony angekommen sobald er mal unser geschenk ankommen sollte werde ich denn auch das wasser ausbauen bis dahin werden wir erst mal wieder ein paar so bevor es brennt das hat mit dem firmen ja noch nicht so richtig hin oder das ist irgendwie schon kurios ah sie arbeiten es arbeitet schön 70 von durchsatz geil was kostet da neues becken 40 naja brauchen wir im moment nicht oder hat die gerade ja angezeigt produktion kapazität importieren 42,8 importieren wir jetzt gerade von lucky place und kapazität von 70 ich glaube da wäre es doch schon mal angebracht noch ins dran zu bappen mir ja sicher ist sicher 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 er bringt nochmal 52 das ist so ja es reicht erstmal ein bisschen das kann erstmal einiges aufnehmen so wann kommt denn mal das geschenk an hier dann können wir hier noch eine pumpe dran basteln dann können wir da nämlich den turm wieder abreißen und dann ist es gut wahr dann ist es gut einiges an unser